Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. In der letzten Folge haben wir hier das Rätsel gelöst, der, wie wir uns erinnern können, war da ja ein rundes Kompassartiges Dingens. Und wenn wir das rausgenommen haben, wurden wir, waren wir von Wasser eingeschlossen. Und rechts daneben musste man einfach das Buch einsetzen. Ja, das war an sich ziemlich simpel. Und ich habe natürlich gesehen, dass man das Buch da einsetzen musste. Dementsprechend gab es da ziemlich viele Failerei in den vorherigen Parts. Wir haben das Ganze aber dann gemacht, sind mit dem Kompass da hier hingegangen. Dort haben wir dem Freak, der Statue, was in die Hand gelegt und dadurch haben wir die Batterie erhalten. Die brauchen wir eigentlich dafür da. Ich bin aber auf die Idee gekommen, sie hier einzusetzen. Habe dann dadurch natürlich ein neues Areal freigeschalten. Problem ist eben halt nur, dass wir hier Strom brauchen. Und der ist ja irgendwie nicht an. Habe ich dann noch hier ein bisschen durchgeballert. Oh Gott, oh Gott, wer kann... Oh, das ist Vergangenheits... Vergangenheits... Ravon. Wie, wie, wieso, wieso hast du an der Stelle gecuttet, ey? Da, wie soll ich mich dann dran erinnern, dass ich von Monstern umgeben bin? Denkt doch mal nach. Vergangenheits-Sora, ja. Ja, vor 10 Minuten war das Ganze. Und, äh, ja, fail. Das heißt, ich hoffe, ich kann die Batterie jetzt... Was? Was? Ähm... Es ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ich kann die Batterie nicht rausnehmen. Ich kann die Batterie nicht rausnehmen. What the fuck? Okay. Wenn ich, äh... Wenn ich die Batterie nicht rausnehmen kann, gehe ich davon aus, dass das doch nicht optional war. Und das heißt, dass wir hier lang müssen. Die Frage ist halt nur, gehe ich zurück und hole mir das, oder... Nö. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul für. Das heißt, äh... Ich muss hier irgendwas machen. Das war dann doch nicht optional. Äh, weil ja, wahrscheinlich... ...ist die Sim... Die Simpel ziemlich ein... ...Lösung. Die Lösung ziemlich simpel. So rum. Einfach wahrscheinlich ein bisschen mit den, äh... ...Schaltern spielen. Und dann würde es wahrscheinlich gehen. Okay. Äh... Dort ist ein Wandler, der Strom für die Anlage liefert. Möchten... Ach. Ach, doch, so einfach, ja? Warte mal. Ähm... Da stand was von, darf nicht überschreiten. Das ist auf jeden Fall so ähnlich wie im zweiten Teil. Äh... Was ist denn die Höchstkapazität? Das ist ein bisschen... Es ist nichts passiert. Ja, das ist doch total gelogen. Es hat Piep gemacht. Ja, ähm... Ist halt jetzt die interessante Frage, ne? Das sind 65. Schauen wir mal bei blau. Noch mal blau. Und dann 100. Hä? Was ist denn die Höchstleistung? Noch mal blau. Was ist neu? Achso, okay. Und blau. Blau. 20. Okay. Ich hab jetzt absolut keine Ahnung, was eigentlich... Welche Zahl eigentlich rauskommen sollte. Aber das ist ja auch scheißegal. Wir haben es ja geschafft. Dort ist... Sordise Sicherung. Achso, wir brauchen... Hä? Dann, ja, vielleicht brauchen wir nur eine Sicherung und keine Batterie. Das könnte natürlich auch sein. Ja. Ja. So war es doch nicht optional. Schade, schade. Da habt ihr mir wieder die Illusion genommen. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Ich hab keine Muni, also... Zum Notausgang gehen, elektrische Leistung erhöhen. Äh... Notausgang. Notausgang. Mach die Tür auf. Dankeschön. Sie haben, ja. Alter, ich hab keine Munition bei. Und wahrscheinlich hätte ich dann das Rätsel... Vielleicht hätte ich ja 200. Ich weiß... Oh. Das ist natürlich... Ja. Ich würde dann doch gerne nochmal rein, weil da war ja eine andere Tür. Äh... 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 Joa... Ich meine, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt andersrum gehe, vielleicht hab ich ja Glück. Vielleicht hab ich ja Glück. Vielleicht hab ich ja Glück. Weil ich schätze, beim anderen... Müssen wir einfach irgendwie eine andere... Oh, leck mich doch. Ich bin nicht lesbisch. Verdammt. Äh... Jetzt muss ich aber wirklich langsam hier aufpassen. Ähm... Da war ja, wie gesagt, noch eine andere Tür. Und ich schätze mal, wir müssen da eine andere Zahl eingeben. Und ich fühle mich gerade so derbe, unwohl. Mit dem Gedanken, dass ich keine Munition habe. Okay, vergiss es. Vergiss es. I don't care. The care, 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 the care. Das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant. So... Labi-da-bi-da. Tja, was mach ich denn jetzt? Soll ich mir jetzt nochmal Munition holen und das nochmal... Ah, ja, ich werd's machen. Weil es mich... What? Ist sie nicht das letzte Mal hochgefahren? Naja. Nee, ich glaub nicht. Ähm... Weil mich das Ganze interessiert. Werde extra... Welcher Save-Raum? Die liegen beide so ziemlich gleich voneinander weg. Ah... Nachher ist dann... Da wirklich noch ein Objekt und bla und blie und blub. Also, Sicherheitshaber nochmal zurückgehen und bla 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 bla. Dippi-dippi-dippi-du. Where is... There is this Save-Raum. Den Save-Raum kann man wirklich nicht verfehlen. Der is awesome. Gut, dann schätze ich mal, kann ich jetzt auch... Äh... Das kann ich weglegen. Das kommt rein. Das... Ja, das kommt auch rein. Das kommt rein. So, einmal bitte nachladen. Bitte nachladen. Vierkantkurbel. Haben wir nicht... Noch nicht so gebraucht. Die Ene ist ja kaputt gegangen. Aber das ist halt die Frage, war das auch eine Vierkante oder war das eine Sechskant? Die Drich lasse ich drin. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Machen wir das Ganze so. Und dann... Oh, joach. Ne? Und so. Passt. Passt, passt, passt. Dann werden wir da jetzt nochmal hinlaufen. In der Hoffnung, dass ich da noch die andere Tür aufkriege. Vorerst muss ich natürlich erstmal ein paar Zombies wegbämsen. Na, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Random stuff is good stuff. Oh, nein. So rum. So rum, so rum, so rum, so rum. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich... Dieses... Diese Seite jetzt hier auch sinnvoll einsetzen kann. Vor allem hieß es ja immer, Hey, sie haben keine Batterie. B-b-b-b-b-b. denn so hier unter der mann ja dann zombies könnte ich eigentlich dahin lockern ja aber ist ja scheiße drauf war nein 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 das war meine schuld mich dann doch irgendwie reingerannt obwohl ich gar nicht wollte fucking steuerung und dann macht das ganze doch noch unfairer wirst du schräglich 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 komm schon steh auf genau der kumpel hat extra gewartet darauf dass du aufstehst damit ich schön flächenschauern verteilen kann und ihr seid jetzt beide tot dankeschön so hier war ja nicht hier war ja nicht vorbei er war 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 nein nein okay nur hier geht es rein durch durch die tür die so unglaublich quietscht verdammt so der fels und dann mal nein ich prüfe ich prüfe ich prüfe ich prüfe ich prüfe ich prüfe ich prüfen mann oh ja eh nee ist klar kombinieren ausrüsten Pistole bababa bababa what the fuck zwei schuss dein ernst okay ihr beachtet mich nicht bäm 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 und du bist noch nicht tot nein 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 genau bleib liegen es ist besser für alle beteiligten wenn Olivia liegen bleibst lieben bleibst bleiben im lieben lieben um 115 saß siehst du das war das rätsel zu lösung 115 bis 125 alles klar alles klar das heißt plus ist immer plus 15 und minus minus 15 also um ja wer so oder so ähnlich war doch gar nicht mal so schwer das heißt die werde ich wahrscheinlich irgendwelche extras fehlen denn da 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 oder halt jihau magnum geil ich wollte gerade sagen oder irgendwelche irgendwelche sinnlosen schließfächer die überhaupt gar nichts können nein die magnum magnum for the world gut da haben wir das abgeschlossen und oh Gott wenn naja dann muss ich ja den ganzen Weg jetzt ach nö oh nö dieser Weg wird kein leichter sein dieser Weg ist steinig und doof wenn ich den Text wissen würde und die Melodie dann könnte ich mich jetzt total drüber lustig machen aber ich weiß es ja nicht aber ich weiß es ja leider nicht leider 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 let's use the lidar the lidar of justice da 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 meine herren ey ich überlege mir gerade was für einen aufwand ich hätte wenn ich das ganze ehm mit chemtasia aufnehmen würde mal muss ich halt überlegen bei chemtasia da müsste ich jetzt eben halt BERYHHHHCHI bei meiner Tonspur den Ton für die 5 Millisekunden halt stumm stellen. Und bei Framson mache ich sie einfach so. Ich drücke dann halt auf Stopp und mache es halt. Und dann drücke ich wieder auf Aufnahme. Das heißt, ich schneide quasi schon, während ich noch aufnehme. Und das hat dann im Endeffekt den leck mich doch Vorteil. Ja, aber ich habe ja keine Wahl. Ich muss da ja lang. Das ist jetzt doof. You're standing in my way. Höh! Jawohl, ja. Aber du willst da doch irgendwie nicht, äh... Hä? So, okay. Der letzte war, glaube ich, überflüssig. Und das hat eben halt den tollen Vorteil, dass ich das, ja, quasi rendern kann und mir ziemlich sicher sein kann, dass diese Husten-Fails nicht drauf sind. Bei, äh... What the fuck? Bei Camtasia sieht ziemlich ramponiert hier aus. Bei Camtasia kommt es ja auch, äh, oft vor, dass ich, äh, diese, äh, diese Husten-Fails rausschneide, dann rennt er und dann sind die aber wieder in der Videodatei, die gerendert wurde, drin. Weil Camtasia das irgendwie nicht auf die Reihe kriegt und das heißt, ich... Äh... 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 Irgendwas habe ich gerade schon da falsch gemacht. Ich wollte doch nach links und nicht nach rechts. Verdammt. Ähm... Ja, das ist eben halt, das ist halt sehr bescheuert und da muss ich dann manchmal dreimal checken und so und dann ist eben halt so ein Rendern dauert auch mal so 40 Minuten und wenn da ein Fail drin ist, dann muss ich es nochmal rendern und dann muss ich es mir nochmal angucken, weil es kann ja sein, dass... Keine Ahnung, der Fail war bei 3 Minuten. Dann mache ich den Fail bei 3 Minuten weg und... Äh... Habe ich die jetzt umsonst getötet oder was? Äh... Dann mache ich den Fail bei 3 Minuten weg, rendere es und muss mir das ganze Video nochmal angucken, weil es kann ja sein, dass der Fail jetzt woanders entstanden ist, weil es wurde ja neu gerendert und dann kann es ja durchaus passieren, ne, und so weiter und so fort und deswegen bin ich schon froh, dass ich es dann doch mit Fraps hinkriege. Ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, weil ich eben halt, ähm... den Sound nicht, ähm... im Nachhinein lauter wagen kann, weil sonst... Oh, leck mich doch am Arsch. Du hast auch keine Hobbys. Oh Gott. So, ich glaube, ich muss sogar... Ja, ich muss sogar da lang, wo der Vogel herkam. Haha. Haha, Idiot. Ich glaube, der wollte mir nur mal über die Haare wuscheln. So sah das jedenfalls aus. Und, äh... Ich muss da einfach in den Cut-Zins die Fresse halten und dann kann ich die Cut-Zins auch lauter machen, tonmäßig. Und dann passt das. Also, ja. Fraps ist dann doch... Vor allem Camtasia kackt dann auch immer so schnell ab und, äh... Naja. Ich meine, die Fraps da... What the fuck? So, das jetzt. Ich dachte erst, die Fältin Ohn macht. Ähm... Ich meine, die Fraps da teilen werden auch mit. Was ist denn das? Oh. Oh. Oh, ihr habt doch echt Langeweile. Äh, die Fraps da teilen wir auch mit... Camtasia. Rede oder schweig, Jill. Rede oder schweig. Oh Gott. Nein. Das Vieh vom... Oh Gott. Ja, die Dateien werden ja auch mit Camtasia gerendet, aber da bleibt es dann irgendwie nicht stehen, wenn es Fraps-Dateien sind. Äh, ja, ne? Oh. Oh. Ähm. Ich hab lang nicht mehr gespeichert. Das ist halt, äh... Okay. 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 Schade. Schade, schade. Ähm. Ich... Ich will... Ich will... Ich will's nicht wissen. Ich will nicht wissen, weil ich... Nee. Nee. Alter, leck mich... Leck mich einfach nur am Arsch. Nee, komm schon. Also, ich hab definitiv vor der Stromkacke gespeichert, das weiß ich. Ähm. Also, ich hab... Boah. Oh Gott! Alter. Das heißt... Ich darf, ähm... Ich darf das... Äh... Batterienrätsel nochmal machen. Äh... Gott. Wow. Ein Glück, dass ich jetzt wieder fünf Folgen Vorsprung hab oder so. Gott, ist das scheiße! Gott, ist das scheiße! Oh! Ich würde... Am liebsten hätte ich jetzt wirklich... Auch wenn das jetzt ein bisschen fies klingt, aber es liegt daran, dass ich grad total angepisst bin. Am liebsten hätte ich jetzt wirklich irgend so bescheuerten Affen, den ich dafür bezahle, dass er mich wieder zu meinem aktuellen Punkt bringt. Das ist ja jetzt die reinste... Oh Gott! Konnte ich... Wie... Alter, leck mich am Arsch! Ähm... Ja... Das ist natürlich doof jetzt, ne? Das ist jetzt doof. Joah. Und ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, dass ich das irgendwann nochmal machen wollen würde in den nächsten Wochen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ha! Ich meine, ich weiß ja, was ich machen muss. Aber allein die, allein die Vorstellung, etwas zu tun, was... Oh ja, fall runter. Allein die Vorstellung, etwas zu tun, was ich schon getun tun habe und ist es doch eigentlich, ich weiß auch nicht. Ähm... Wenn ich wenigstens nicht immer auf die Karte gucken müsste, ne? Oh Gott. Ja. Ja, ja. Ich brauche jetzt mal diesen, diesen Frustmoment. Wo ich jetzt einfach... einfach nur sinnlos auf den Bildschirm starre und mir denke, wieso, wieso hast du Arschloch nicht die Kräuter eingesetzt? Wieso bist du nicht einfach... Oh Gott. Ja, das hat man jetzt davon die allseits bekannte Krankheitsspeicher... die Speicherkrankheit. So rum. Nicht Krankheitsspeicher, sondern Speicherkrankheit. Ähm... Ja, ne? Ich werde sicherlich nicht drum rum kommen, das Ganze natürlich nochmal auf Screen zu machen. Das ist ja logisch. Das will sich ja keiner ansehen. Ich meine, ich glaube schon, dass wir das in 20 Minuten hinkriegen würden, aber ne. Ne, irgendwie nicht. Ähm, ja. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich jetzt meine ganze Arbeit nachrolle auf Screen, weil ich ja so schon einfach zu viel... Ja, ich hab einfach zu viel Freizeit. Das ist halt... Das, ja... Eigentlich ja nicht. Das war total ironisch gemeint oder halt sarkastisch. Ich hab da überhaupt gar keine Zeit für. Wenn man mal überlegt, das ist jetzt die... Eigentlich... Eigentlich von der Logik her ist das jetzt die... Februar 3 Folge oder so. Und im Februar wollte ich eigentlich schon drei andere Spiele anfangen. Und da passt mir das überhaupt nicht, dass ich jetzt auch noch... Oh, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den ganzen Scheiß nochmal gemacht habe. Wir starten dann bei diesem asozialen Behinderten Riesenpenis, der meinte, er müsste Jill penetrieren. Ich hab nichts dagegen, wenn er Jill penetriert, aber kann er das nicht irgendwie privat machen? Muss das immer eine Aufnahme sein? Ich weiß ja auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Yeah! Wir freuen uns alle im Cooler Keks. See ya!